Die LEWA Qualifizierungs GmbH ist ein nach AZWV und AZAV zertifizierter Bildungsträger, der sich auf den Bereich Transport und Logistik spezialisiert hat. Wir bieten Schulungen zur gesetzlich geregelten Berufskraftfahrer Weiterbildung, Ladungssicherungsschulungen, Baustellensicherungsunterweisungen und Arbeitsschutzlehrgänge an, um die ständig steigenden Betriebskosten der Nutzfahrzeugflotten teilweise zu kompensieren, rücken Fahrertrainingsprogramme zur Förderung einer ökonomischen Fahrweise immer stärker in den Fokus. Auch in diesem Bereich bietet unser Unternehmen eine breite Palette von Schulungsprogrammen in Theorie und Praxis an. Unser Anspruch ist, die Teilnehmer unserer Führerschein-, Kurierdienst- und Berufskraftfahrerkurse als Profi am Steuer auszubilden. Aus diesem Grund werden speziell für den Nutzfahrzeugbereich Perfektions- und Rangiertrainings auf allen gängigen Fahrzeugarten angeboten. Sie möchten sich beruflich neu orientieren, Ihre derzeitige Stelle sichern oder sind Unternehmer und legen Wert darauf, Personal zu haben, das eine Ausbildung nach dem höchsten Standard absolviert hat. Sie wollen Ihre Mitarbeiter zum Ressourcensparen animieren? Nutzen Sie doch die staatlichen Förderungen. Eine Förderung kann unter gegebenen Voraussetzungen bei der Bundesagentur für Arbeit beantragt werden. Die Förderung über Bildungsgutscheine ist möglich. Wer seine berufliche Zukunft im Bereich Verkehr und Logistik sieht und eine Berufskraftfahrerausbildung in Berlin, Hannover, Solingen oder in einer anderen deutschen Stadt absolvieren möchte, hat in LEWA den perfekten Qualifizierungspartner gefunden. Machen Sie in einer LEWA-Niederlassung in Ihrer Nähe den Bus- oder Lkw-Führerschein und starten Sie auf Ihrem neuen Berufsweg voll durch. Als ein nach AZAV-Vorgaben zertifizierter Bildungsträger im Verkehrs- und Logistiksektor bereiten wir Sie gezielt auf die Aufgaben des Berufskraftfahrers vor. Wir geben Ihnen die Chance, bald wieder in einem Arbeitsverhältnis zu stehen. Zögern Sie nicht und sprechen Sie uns an. Wir geben Ihnen die Chance, bald wieder in einem Arbeitsverhältnis zu stehen.